So, weiter geht's heute mit Need for Speed Heat und wir machen heute wieder ein bisschen Tuning. Neue Steuergerät rein. Jetzt haben wir jetzt mal ein bisschen mit dem Motor. So, jetzt rein damit. Gut, rein damit, ein Streckendifferenzial, dann haben wir den Porsche auch schon mal ein bisschen. Optik Tuning, Lackierungfolie, ich mache jetzt mal die Lackierung weg. Gehen wir mal in die Community erstmal, hoffe ich für ein schönes, oh, da hast du ein schönes Update. Schöne Folie. Gucken wir gerade, ob wir da irgendwie was interessantes haben. Nehmen wir das hier mal. So, Folie runtergeladen und Auto dran. So, okay, dann gehen wir mal wieder ein bisschen auf die Strecke zurück. Mit unserem neuen Baby. Und dann fahren wir heute mal das Problem genannt an. So. Dann fahren wir mal hoch auf die Strecke. Also, warum habe ich da jetzt mitgenommen, also der Flamingo. Aber ja schon. Wir nehmen jetzt natürlich ein bisschen die Kohle mit. Okay. Okay. Was ist denn das hier? Achso, das ist... Ja, das ist gut. Dann fahren wir jetzt. Wir fahren zu dem Rennen. Schade, ich dachte, der könnte ein bisschen mess. So, dann fahren wir heute das Ding hier und dann fahren wir aus gegen Ouska. So, dann fahren wir jetzt. So, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen gucken, dass ich jetzt ein bisschen hier mal mithalte mit den Jungs zu vor mir. Sind auf jeden Fall zwei BMW und ein Toyota. BRZ oder so. Nee, so machen wir das. Oder jetzt sind alles BMWs, ne? Da vorne ist auch einer. Ja, ich war überlegen, ob ich in den Z4 mit mir kaufe. Weil der hatte mir jetzt holt sie den Forscher. Und sonst ein Rundkursrennen. Ich habe jetzt gerade den BMW bis zum Necken. Ja, das war jetzt auch BMW. Ich versuche jetzt gerade da vorne dem Kollegen. Ja, also wie gesagt, schau mal, sind wir so irgendwie nur wie drei hier. Ja, Miro und Ibi, die wollen uns ein bisschen vergangen gerade. Ja. 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 Jetzt gehen wir das erste Mal ein bisschen, äh, das erste Mal in Führung. Flamingo ist jetzt gerade uninteressant. Ja, ich habe jetzt einen Halt. So, letzte Runde. Ein bisschen hat schon nochmal zwischen uns und dem Verfolger gebracht. Sind jetzt immerhin schon fast 500 Meter. So, da fliegen wir gerade schon vorbei am Ende. So, da fliegen wir gerade schon. So, damit haben wir es zumindest ein paar überrundet. Dafür, dass wir uns zu lange hingehalten haben, haben wir unser Denderminid auch abgezogen. So, gut. Dann haben wir das Problemkind weg und jetzt gucken wir mal, ob wir gegen Oskar schon fahren können. Theoretisch ja. Spricht nichts dagegen gerade, ne? Gut, dann fangen wir da eben runter. Dann schauen wir mal, ob wir den guten Oskar heute in die Tonne drücken können oder ob er uns heute lächerlich macht. Ich hoffe, dass ich den jetzt trotzdem aktivieren kann. Ja. Fahr mal das Ding in der Nacht heute. Nari hat dich geschont, aber ich werde es nicht tun. Wird Zeit, dass du lernst, was echtes Racing ist. So, fangen wir an, komm, fangen wir an, gegen den guten Oskar. Nicht sowas von fertig machen. Noch abwarten. Die Nari haben wir uns auf die Kopfhörner Backe gehabt. Das war ja am Motor. Ich befürchte, dass gerade die BMW so die einzigen Autos sind, die uns irgendwie so ein bisschen gefährden stellen können. Mit dem Porsche also noch abwarten. Glück beim Start heißt noch gar nichts. Richtig. Das kann auch ganz, ganz schnell wieder anders ausgehen. Ich habe es fast gedacht, dass sie sich da wieder einmischen. Ich habe es ja fast gedacht, dass sie sich da noch mitspielen. Aber ich glaube, den Einkaufs sind wir nämlich schon los. Der hat sich quergestellten, haben wir mal kurz auf die Hörner genommen. Du hättest ja richtig dagegen. Ja, soll ich auch sonst machen? Und jetzt scheint es auch ein bisschen zu laufen. Jetzt scheine ich gerade gut wegzukommen. Ach doch. Ich habe mir wurcht. Ich gucke auf die Anzeige. Wir haben schon fast 70 Prozent des Rennzweck. Aber das kann sich ja ganz schön wieder erinnern. Ich hoffe, dass jetzt keine Kops kommen. Das war nur Glück. Darauf kannst du dich nicht immer verlassen. Aber ich habe da nicht alle, ich meine, Freude tritt gegen Oskar nicht abgeschlossen. Aber den guten Oskar in die Tonne gedrückt. Zwei habe ich. Wie viele sind es noch? Ha, nur noch eine. Ihr Name ist Jordan. Sie ist gut. Wie wäre es, wenn du mitfährst? Sicher? Du darfst doch unseren Sieg nicht verpassen. Stimmt auch wieder. Wir treffen uns dann da. So, dann haben wir es. Drei von drei. Du kommst voran. So, haben wir ein bisschen was mitgenommen. Level 15 umhin schon. Du hast jetzt grünes Licht für neue Teile. Sieh sie dir mal an. So, geil. Ich habe neue Teile, hat er gesagt. Gucken wir mal gerade. Was habe ich denn jetzt hier gerade drin? Einmal 1,5. Dann nehmen wir einen 2,7 Kilo Tank. Nehmen wir mal rein. Neue Turbolader rein. Neue Kupplung rein. Naja, noch fehlt ein bisschen Kohle. Wir machen ihn 2000 noch. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir mal Feuer haben. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit dem Rennen. Und dann tun wir auch mal unseren Porsche wieder mit ein bisschen Kohle.